So, wo ist Trap hin verschwunden? Äh, Kobanische Wüste. Also zurück. Zurück! Zum Anfang! Zurück! Ich seh dich ja nicht. Bei mir stehst du ja immer noch im Lager. Kobanische Wüste bin ich schon. Hauptsache, er hat mir eine O-Leorons-Kette gegeben. Sehr schön. Ah, danke auch. Kannst du gar nicht mal uns vollständigen. Noch ne halbe Stunde, glaub ich. Ach ja, der Reisende. Zeichne des Reisenden. Mach mal ne Sch... neun Schüchen. Mach mal neun Schüchen. Nein. Schü-schü-schüchen. Schü-schü-schüchen. Ach, hab doch nicht zu... nicht zu überraschen. Das ist wohl nicht nett. Echt, Mann! Oh mein Tüster, hab ich gesagt. Ich bin jetzt zu der Sonnen-Bann-Oase. Ich bin in der Bergeranischen Wüste. Ja, ist nur ne Sache, die man sehen möchtest. Wie der Typ gefressen wird vom Schlund? Ähm, nicht direkt. Okay. Kamaks Notizen. Diese Kreatur ist wirklich faszinierend. Ungleich allem, was im Vorhinein von mir oder meinem Vorgänger dokumentiert worden ist. Sein von Nadelspitzen artige Zähnen ist gesäumtes Maul, liegt fast grenzenlos an der Oberfläche und wartet auf seine ahnungslose Beute. Basierend auf der Größe der sichtbaren Teile und seiner Physiologie würde ich sagen, dass wir nicht mehr als 10% der Kreatur sehen. Was unter der Oberfläche liegt, könnte wahrlich gewaltig sein und sich durch die ganze Wüste von Krowan erstrecken. Naja, hier, der Geistbruder könnte ja ein bisschen so unter die Erde hinein eintauchen und nachgucken und ein paar Fotos schießen. Hm. Allein die Idee in Erwägung zu ziehen scheint wahnsinnig. Doch sie könnte so groß sein, dass jemand, der mutig oder lehrisch genug ist, sich in der Bestie frei bewegen könnte. Abhängig von der Beschaffenheit der Verdauungstrakt... Verdauungstrakt der Kreaturen natürlich. Ähnliches wurde bereits bei den Riesensandwürmern der Freanal-Halbinsel versucht. Auch wenn diese Expeditionen ausgesprochen erfolglos waren, ist diese Bestie doch um ein Vielfaches größer als irgendein je beobachteter Wurm. Diese Entdeckung stellt den Höhepunkt meines Lebenswerks dar. Ich kann die Gelegenheit nicht verstreichen lassen, egal wie haarsträubig es auch klingen mag. Alle nötigen Vorbereitungen wurden getroffen. Meine erste Beobachtungen zeigen, dass diese Bestie während der heißesten Stunden des Tages inaktiv ist. Dann werden wir in den klaffenden Schlund hinabsteigen. Ja, die Vanetion in die Bestie rein klettern. Ist ja nicht so, als wäre das der Grüne da drin sicherlich Magensäure. Nö, Skitterbutter. So, ab zu den Dox. Der Zahnarzt, zu dem dieses Vieh geht, tut mir jetzt schon leid. Und er hat doch sicherlich einen Zahnarztbesuch dringend nötig, wenn ich mal hier so ein paar schwärze Zähne sehe. Hier. Hm, ich hab acht. Hm. Oh, geil. Oh, geil. Oh, geil. Ist das irgendwo da hinten? Unter mir sind eigentlich noch Gegner. Na, ist gut. Eigentlich. Ein Käferversteck. Wie du angesprintet kamst. Er macht einen wie eine Spidspinne. In Titan Quest. Welche Spinne? Oh, der Läppchen juckt. So, zurückgejuckt. Eingang. Die Spidspinne in Titan Quest, dem vierten Akt, hab ich ja auch im Best of. Als wir hier in Hartes Schloss waren. Ja. Das ist so eine Spidspinne mit unglaublich viel Speed. Zu mir oder zu dir gerannt. Okay. Da du es... Ich glaube, das war nur in Grim Dawn so, mit dem Speed. Ne, das ist auch ein Titan Quest. Okay, ich kann die Spidspinne an. Soll ich hier raussuchen? Was? Du bist ja durch der Sturmgeborene. Na, check, dann such mal. Oh je. Homestead. Hof bei Homestead. Ah. Bauplan willkommen. Äh, episches Invas. Mächtige, chronische Fadenscherbe. Ich hab keinen Bauplan. Mal sehen. Lebenskaufsschaden, Kausschaden. 57% Kausschaden. Ist das dein schönes Gegenstand? Äh, ein Gürtel. Ja. Ein Gürtel. Naja, ich hab einen besseren Gürtel. Stufe 70, liebts auch eine Nova. Also ich brauche dich für deinen Blitz. Wenn du über 50% Kausschaden verursachst. Und Lebenskaufsschaden irgendwie. Ganze Zeit wird er nur mein Blitz. Bestärkt. Ja, Abklingzeit müssen wir noch Dark verhängen. Und dann hättest du so richtigen... Kann nicht so richtig spammen. Ja. Ah ja, wir sind hier in der Nähe, du Oase. Die ganzen Dinos und Greife. Oh, der eine greift durch die Luft. Ja, aber das ist geil. Da könnte man ja ein bisschen was tricksen. Sollen wir vielleicht mal im Wasser bleiben müssen. Irgendwas Geheimes. Nein, hier sind doch nicht geheime Dinge im Wasser. Es ist einfach nur ein ziemlich heißer Tag in der Wüste. Nein, nicht. Und wir brauchen ein bisschen Abkühlen. Okay. Plus Rappi möchte Chicken beim Baden zusehen. Und hier kann man unterdurchgehen, okay. Ach du, und nicht um mein Gesicht reden. Das finde ich, äh... Nicht mal, das ist nicht nett. Das ist ja so. Überleier. Spacke heben. Eier, Eier, Eier! Ah, ich glaube, könnte man auch drunter durchgehen? Ah, das ist eine frischende Oase. Ah, hier unten kann man ja leider nicht durchgehen. Ja, ich hier. Ah, ne. Ah, ne. Okay, es war nicht hier. Es war hier. Kommen jetzt nur hier tausende Leute. Ey, Karwane, zieht weiter! Wir wollen einfach nicht sterben. Jep, hier war das, was ich muss sagen. Denn der Sultan hat Durst. Und gib dem Sultan doch was zu trinken. Ah, stay hydrated. Hm. Nicht auf mein Gesicht landen. Ah, ich lande mein Gesicht. Wir landen aufm Gesicht. Nein. Nicht mal als Scherz. 66. Ach, noch hässlicher kann meine Fresse nicht werden. Von daher mach ich. Was denn? Ist doch wahr! Check on. Auf ich se. Mal sowas aus dem Kiesel sagen. Und dafür geht ja was am Popo. Ah, das ist ein Weichen. Kodex der Korrosion, ernsthaft. Du musst zwei auf Höhlenhund herbeirufen. Fuff, fuff. Seure Schaden, Gift Schaden erhöht. Ich könnte es im Grunde anziehen, stärker einen Höhlenhund beschwören und dann wieder ausziehen. Das ist das magische Buch. Ein Büchlein. So, Buchlein. Möchte haben. Dann schnell stärker einen Jack beschwören und dann wieder ablegen. Einen stärkeren Jack. Er wird niemals stärker sein als Jose. Na, ich kann nur stärker als Jack sein. Äh, Jack. Jetzt muss ich auch noch mal Sumi neu beschwören. Und wenn ich das alles gemacht habe, ich habe wieder von gestohlen. Ja, ich habe Chicken erfolgreich abgelenkt. Okay, ich nicht. Ich bin wieder ein bisschen ungeduldig. Bist du doch immer. Manchmal, nicht immer. Aber immer, manchmal. immer, 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 immer. Ich habe einen Vorschung gehabt. Ah, er ist der Typ. Kann ins Leiche. Ja. 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 Okay, der ist nicht abgehauen mit den Schriften. Der ist aber gestorben. Dieser muss Foliant. Und er Natus Foliant. Dieses uralte Buch scheint Methoden für die Erforschung von arkalen Reliquien und Rüstungen zu beschreiben. Ein geschultes Auge wird, äh, notwendig sein, um die Texte vollkommen zu entziffern. Und da ich kein geschultes Auge habe, müssen wir es wohl im Questgräber zurückgeben. Oder wir geben jetzt Kiesel zum Lesen. Kiesel kann nicht lesen. Echt? Achso, stimmt. Ja, du hast mir beigebracht, weil du deine Bücher magst. Hm. Chicken, woher kommt denn eigentlich dieser ganze Hass auf Bücher? Was haben sie dir getan? Naja, die ganzen Schullektüren, die wir immer lesen mussten, waren dermaßen langweilig. Ja. Es hat mich halt geprägt. Wieso ist die Vermessung der Welt? Habe ich nicht mal zur Hälfte gelesen. Also, es gibt interessantere Bücher. Geht's noch weiter. Können wir schwitzen, der... Oh, so eine Tür. Ich mag das... Ja. Ich mag nämlich das goldene Blitz, die Dienste, die das eingefügt haben. Das ist ne Keule von weiter weg, dachte ich, da liegt ne Spritze. Was für ne Spritze. Was für ne Spritze. Naja. Wow. Was für ne Spritze. Sollte ich mal groß auf die Karte gucken und schon werde ich von allen Seiten... Was auch, der Möbel auch nach der Außenliebe guckte. ... ... ... ... ... ... deren teile ruinen eingang läuft irgendwie so komisch hin und her das sind ja auch gegner und vielleicht in der anderen teil der oase untersuchen vorunter gehen sondern nicht untersucht werden ja es sind gerade 100 davor stirbt bereiche der oase dieser große haufen wilder tiefer und ich bin jetzt geehrt bei irgendeinem keine ahnung vielleicht im hexenzirkel oder so eine hexenzirkel von utgenburg das ist jetzt eine neue aufgabe von uns und ich kann noch mehr halt dieses bonus aufruf kaufen aber wir brauchen erst mal auch noch sein geehrt status bevor wir dort vielleicht könnte auch schon haben das nicht gesehen dann guck mal nach dem kampf nach wundervoll ich will geschehen bürger 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 noch 34 punkte herrn von mir 34 vierunddreißig für ein opel gibt ihm vierunddreißig ein bisschen der oase sein Und schon wieder hab ich was vor Rappi erreicht. Obwohl er die ganze Zeit mehr Leute töte als ich. So. Los Rappi, töte. Töte, töte, töte immer weiter! Jetzt wieder runter. Hier sind die Rapptoren. Töte deine Verwandten. Sag dir Sie, wo macht er eine Indignation? Du musst doch Rappi die Kills überlassen. Geh dir von uns weiter. Eine brennende Küste. Eine brennende Küste, aber hier geht's nicht. Vielleicht in der nächsten Session oder so. Keine Ahnung. Ich will vielleicht auch aufsammeln und bei mir... Rappi braucht Leute. Ähm... Wie lange nehme ich schon auf? Ich weiß gar nicht. Äh... 2 Stunden 40? Hm, noch 20 Minuten zu erreichen, um das zu erforschen. Ich glaub, der Tempel wird noch etwas länger dauern. So vielleicht 5 Stunden oder 10. Also der Moasentempel. Zur Not machen wir halt 5 Stunden. Okay. Ja, so wie ich fast am Montag 5 Stunden, äh... die Sonne 2 aufgenommen habe. Okay, jetzt bin ich auch geert. Ich glaub, wir werden jetzt mal eine nächste Nebenaufgabe machen. Haben wir jetzt auch noch die Spezialaufgabe vorhanden? Wer jetzt mal nachgesehen habe, aber... Haben wir den Entwickler nicht eingebaut oder was? Hm? Oder was meinst du mit, hoffentlich ist die Spezialaufgabe aber auch vorhanden? Äh, die ist erstaunt. Ich weiß nur nicht, wie waren die, äh... Die Länder sind die letzte Mal da waren, hab ich noch gesehen, aber so... ...aktiv. Und ich bin jetzt hier bei diesem, äh... Fraktions, äh, Level aktiv. Äh, fast, äh... Ich darf das nur nicht verkaufen. Und was nicht verkaufen? Ich hab' ich eigentlich da auf was gepackt. Kochen ist Blut. Also. Da brauch ich einfach irgendwas drauf, dann will ich es schon nicht verkaufen. Mein Zauberbuch für Jack. Hm. Jetzt hab' ich was für Crow und Jack! Hm. Was immer wechseln wird. Hm. Na, Ussei hab' ich immer noch nicht. Und Arki. Und die Zwillinge. Wir müssen mich ersetzen mit diesem Anime. Hm. Äh, Fifties und so. Du bist was für dennoch sofern. Ich hab' ich gesagt. Was? Es tut mir immer hin, wir holen Sie! Oh Gott! Mal wieder! Ja. Ja. Was zur Hölle? Jetzt bist du schon wieder im Unterschlupf des Hexenzirkels gelandet. Das weiß ich nicht. Ich bin noch bei der Konklave.